Was passiert bei City Skalen an, wenn wir die Steuern drastisch erhöhen? Momentan sind eigentlich alle Leute so ziemlich zufrieden. Jetzt öffnen wir das Wirtschaftsfenster und dort sehen wir, dass wir 12% Steuern bekommen. Und ich hab mal erhöht so auf 13,14. Was ich aber noch nicht gemacht habe ist, aufs Maximum. Weißt du, und da beschweren die sich. Ich würde feiern, wenn ich nur 29% Steuern hätte. Okay, wir haben jetzt die Steuern erhöht und unsere Einnahmen steigen exorbitant. Alter, 450.000! Aber alle beschweren sich gerade. Und wenn wir mal näher drangehen, sieht das überall so aus. Ey, ihr habt doch nur 29%, was beschwert ihr euch eigentlich? Oscar Lewis ist noch gut drauf. Aus der Reiseagentur Lachgesicht. Okay, jetzt wird's langsam rot. Und wir machen gar nicht mehr so viel Geld. Wenn ihr Hochwasser hast, interessiert das keinen. Aber wenn ihr die Steuern erhöht, ziehen einfach alle aus. Und die Zufriedenheit sinkt. Und jetzt kommen immer mehr verlassene Gebäude dazu. Aber was interessant ist, auf den Autobahnen ist immer noch genug los, obwohl hier nur noch 6.000 Leute in der Stadt wohnen. Okay, jetzt wohnt hier keiner mehr. Ach ja! Ach ja!